Der FCK eröffnet am kommenden Freitag zu Hause gegen Hannover 96 die neue Zweitligasaison und was sonst noch passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Obwohl das Relegationsrückspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern gerade einmal wenige Wochen alt ist, müssen die Pfälzer nach einer kurzen und intensiven Vorbereitung auch schon das erste Ligaspiel bestreiten. Und mit Hannover 96 empfängt man, wie in der Saison 2016-17, Endergebnis 0-4 für 96, einen der Aufstiegskandidaten. Mit Neutrainer Stefan Leitl wollen die Niedersachsen wieder ins Oberhaus zurückkehren, der FCK mit Dirk Schußer die Klasse halten. Demnach könnten die Voraussetzungen in der Partie kaum unterschiedlicher sein. Durch die Aufstiegseuphorie und den knapp 17.000 verkauften Dauerkarten ist mit einem fast ausverkauften Fritz-Walter-Stadion zu rechnen. Der 18-jährige Stürmer Angelos Stavridis unterschrieb vor wenigen Wochen seinen bis 2024 laufenden Profi-Vertrag beim FCK, musste aber aufgrund eines Knöschelbruchs das Trainingslager vorzeitig verlassen. Mittlerweile ist Gekas erfolgreich operiert worden und auf dem Weg der Besserung. Alles Gute an dieser Stelle. Wie bereits im letzten Video angekündigt, verlässt Lukas Röse den FCK. Nun ist auch sein neuer Verein bekannt, denn der 28-jährige Stürmer wechselt zum Regionallagisten SSV Ulm. Die Spatzen statten ihm mit einem bis 2024 gültigen Arbeitspapier aus. Im Gegenzug wechselt Mittelstürmer Lex Tiger-Lobinger zum FCK. Der 23-Jährige lief in der vergangenen Saison für die erste und zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf aus, blieb aber in der zweiten Bundesliga ohne Torerfolg. Der Sohn des Stabhochspringer und Ex-Athletik-Trainer von RB Leipzig, Tim Lobinger, machte in den Testspielen gegen unter Haring und Eupen mit insgesamt drei Treffern auf sich aufmerksam. Der FCK ist ein Klub, der mich sehr interessiert hat, mit einer riesigen Geschichte. Daher war ich direkt begeistert, als ich von der Möglichkeit hierher zu wechseln gehört habe. So Lobinger. Wie jedes Jahr warten die Fans gespannt auf die neuen Trikots des FCK und das Warten wurde vor wenigen Tagen belohnt. Bereits vor der offiziellen Präsentation tauchten Bilder der Jerseys auf, dennoch gab das Video des FCK ganz genaue Einblicke. Ich persönlich finde die Trikots gelungen, auch das umstrittene Blaue. Auch in dieser Saison wird Jean Zimmer die Mannschaft als Kapitän aus Feld führen. Es gibt keinen Grund Jean als Kapitän abzusetzen, so Schuster. Zudem wurde ein fünfköpfiger Mannschaftsrat gewählt. Dieser besteht aus Jean Zimmer und seinem Stellvertreter Mike Wunderlich, Hendrik Zuck, Kevin Kraus und Neuzugang Andreas Lute.